Wir Kinder hatten eigentlich nicht viel da, außer vielleicht mal einen Ball und irgendwelche alten Schuhe. Bei dem einen oder anderen, da wurde das ein oder andere Auge auch mal zugemacht. Das letzte Spiel vorm Pokalfinale, wenn das auch noch mal in die Hose gegangen wäre, dann denke ich, hätten wir es wahrscheinlich nicht geholt. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Klub-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, der eine neue Rolle beim 1. FC Nürnberg übernommen hat. Andreas Wolf, unser U19-Trainer. Hallo Andi. Hallo. Erzähl mal, du bist seit dieser Saison wieder am Platz aktiv als Trainer. Wie läuft die Saison? Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Wie geht es euch? Ja, ich muss sagen, die Saison, die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Und zwar hatten wir den einen oder anderen Verletzten am Anfang der Vorbereitung. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Corona geschuldet. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es abgelaufen ist. Und jetzt sind wir auch in die Saison gestartet mit einem Sieg im Ligaspiel. Und im DFB-Pokal sind wir gegen Mainz dann noch eine Runde weitergekommen. Wenn du gerade sagst, Corona beeinflusst das Ganze ein bisschen, merkt man denn, dass die Lage und die Situation im Jugendfußball im Moment anders ist? Ja gut, ich bin seit dieser Saison erst Trainer im Jugendbereich und kann ich es schwer beurteilen. Aber man hat schon gemerkt, dass da den Jungs einiges fehlt. Und vielleicht auch körperlicher Fitness, wie auch die Einstellung im Kopf oder das Psychische. Wenn ich das jetzt vergleiche, als wir angefangen haben in der Vorbereitung zu dem Stand jetzt, ist es schon ein großer Unterschied. Die Jungs sind viel stabiler geworden und auch mit dem Wettkampf ist es ein ganz anderes Ding jetzt wie sie. Es ist auch so, dass die Betreuung ja mittlerweile auch groß ist bei so einem NLZ, bei einer U19. Es gibt Physiotherapeuten, es gibt Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer. So die Rundumbetreuung ist ja da. Die ist da und die brauchen wir auch. Wir haben sehr viele Jungs, natürlich Physiotherapeuten. Wenn die Jungs müde sind, sich mal durchknähten zu lassen oder halt für die Verletzten, ist es sehr gut, dass da jemand ist. Und natürlich mit dem Athletiktrainer und Torwarttrainer, da wird mir auch einiges weggenommen. Wenn ich mal zurückdenke, so gute 22, 23 Jahre, warst du selber ein Jungspieler beim 1. FC Nürnberg. Gab es da auch so eine Rundumbetreuung? Nein, die gab es leider damals nicht. Aber wie soll ich sagen, es hat mir zumindest nicht geschadet damals. Was sind denn die größten Unterschiede für dich von deiner eigenen Zeit zu der heutigen? Ist es diese Rundumbetreuung, diese vollumfängliche Hingabe von Menschen, die sich um diese Mannschaft kümmern? Na ja, es wird einfach gezielter trainiert in den einzelnen Bereichen und individueller für jeden Einzelnen. Wenn ich früher mal selber was für mich gemacht habe, da bin ich früh aufgestanden, bin halt laufen gegangen oder irgendwo einen Berg gesucht, wo ich vielleicht mal ein paar Sprints an den Berg hoch und runter gelaufen bin. Ein paar Liegestütze und Bauch, Rücken. Das war es aber auch, was die Athletik damals noch anging. Hast du denn den Eindruck, die Spieler würden heute sowas noch machen? Also freiwillig bergauf, bergrunter? Ja, doch. Also den einen oder anderen Spieler gibt es auch in meiner Mannschaft, die auch zusätzlich selber noch was machen. Jetzt hilft euch als Trainer heutzutage ja auch so Dinge wie Videoanalyse und Taktik ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ist das auch für dich als U19-Trainer wichtig? Natürlich ist es wichtig, Taktik, Videoanalyse, auch mal visuell den Jungs zu zeigen, was sie vielleicht verkehrt machen oder was auch gut ist. Aber ich bin einer, der das nicht unbedingt übertreibt oder übertreiben möchte. Letztendlich geht es mir darum, was für eine Ordnung ich auf dem Platz hinbekomme und am Ende des Tages muss jeder seinen individuellen Zweikampf gewinnen. Also ist Fitness ein ganz wichtiger Punkt für dich? Fitness ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich, Fußball ist ein Laufsport. Ja, und wenn die Fitness nicht da ist, dann kannst du Taktik machen, Videoanalysen, so viel du willst, wird es dich nicht weiterbringen. Wann hattest du denn als Spieler deine erste Videoanalyse? Beim Augenteil, als wir, glaube ich, in Wolfsburg verloren haben und wir das Spiel nochmal im Bus auf der Heimreise anschauen mussten. Das war eine hohe Niederlage, wenn ich mich recht entziehen, oder? Ich glaube ja, 4-4-0 oder so. 4-5-0, ich weiß es noch nicht mehr genau. Was beim Fußball sich auch verändert hat, was dieses Drumherum angeht, ist mittlerweile, ich denke mal, hat man bei U15, U16 Spielen schon Berater draußen stehen. War das zu deiner Zeit auch so? Zumindest nicht so extrem, vereinzelt vielleicht, aber damals gab es noch nicht so viele Berater. Jetzt mittlerweile kann es, glaube ich, jeder machen. Ich finde es nicht gut, weil da gibt es auch viele Geier. Aber dass die Spieler mal jemanden an der Seite haben, ist es okay. Ja, weil die Eltern sind meistens vielleicht überfordert oder wissen nicht, keine Ahnung, was sie mit dem Jungen machen müssen oder sollen. Und wenn da so ein erfahrener, vielleicht auch ein Ex-Spieler einen Jungen betreut, ist es, glaube ich, schon irgendwo vom Vorteil. Wann hattest du deinen ersten Berater? Boah, in der B-Jugend, Ende oder Anfang A-Jugend, so 17. Also schon, als du zuvor schon zum 1. FC Nürnberg gewechselt hast? Da hatte ich aber noch keinen. Da hattest du noch keinen. Du hast ja vorhin Ansbach gespielt, bei zwei Vereinen. Ansbach-Alb und der Spielverein in Ansbach. Ansbach-Alb, der beste Trainer deiner Karriere? Mein Papa oder was? Der war nicht mein Trainer. War gar nicht der Trainer? Zumindest zu Hause, ab und zu mal, ja. Okay, aber als Mann hat er dich nie trainiert? Nee, er hat Ansbach-Alb die erste damals gemacht. Ah, okay. Dann die Spielvereinigung, dann der Klub. Wir sitzen hier im Gebäude des 1. FC Nürnbergs, wo auch das NLZ mit dem Internat integriert ist. Das ist, ich weiß es nicht mehr genau, 2010, 2011 oder so, glaube ich, fertiggestellt worden. Ich glaube 12, weil ich war nicht mehr drin. Du warst nicht mehr drin als Spieler, okay. Das heißt aber, dass es zu deiner Zeit sowas auch nicht gegeben hat. Wie ist es denn damals? Meinst du mit dem Internat? Genau. Wie seid ihr damals untergekommen? Nee, gab es auch nicht. Als ich zum Klub gekommen bin, 1997, da hatten wir, glaube ich, im Tennisheim ein Bungalow, wo da zwei, drei Spieler drin waren. Aber da war ich vielleicht nur zwei Wochen und dann musste ich mir selber eine Wohnung suchen. Oder wurde auch ein bisschen geholfen von der Vereinsseite. Aber letztendlich war ich auf mich alleine gestellt. Da hat weder irgendjemand kontrolliert, noch für dich gekocht, noch irgendwie gesagt, wie Ernährung funktioniert. Oder auch vielleicht mal, was darfst du trinken, was nicht. Hast du dann selber rausgefunden, oder? Da muss ich selber so ein bisschen alles rausfinden. Aber ich fand es auch nicht verkehrt, weil da wurden auch schneller Erwachsene und Selbstständige einfach. Du hast eine Ausbildung auch noch gemacht zu dem Zeitpunkt, oder? Fertigungsmechaniker, ja, zum Fertigungsmechaniker bei MAN. Und das wäre heute nichts mehr für dich, oder? Fertigungsmechaniker, ja, ich kann ja wieder anfangen. Ich habe zwischendurch auch noch eine Ausbildung abgeschlossen, von daher kaufmännische. Aber nein, ich bleibe lieber hier beim Klub auf dem Platz. Der Wechsel von Ansbach nach Nürnberg war im Prinzip schon die zweite große Veränderung in deinem Leben. Geboren bist du in Leninabad, damals Sowjetunion. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit? Ein bisschen Erinnerungen habe ich schon noch, ja. Erzähl mal. Ja, alles ganz einfach. Zu Sowjets-Zeiten war es, sag ich mal, nicht ganz so schlimm, wie es heute eventuell da ist, was man so hört. Es ist ein armes Land. Ja, wir Kinder hatten eigentlich nicht viel da, außer vielleicht mal einen Ball und irgendwelche alten Schuhe, die wir bekommen haben zum Fußballspielen. Also wir haben unsere ganze Zeit eigentlich nur draußen verbracht. Also von der Kindheit her, muss ich sagen, es war eigentlich eine schöne Kindheit. Vom Klima her war es auch warm, im Sommer sehr heiß. Ja, im Winter nicht unter, würde ich sagen, nicht unter minus fünf Grad, also Schnee gab es auch kaum da. Aber ich kann mich schon an die Ortschaft erinnern, wo ich aufgewachsen bin. Bist du denn irgendwann nochmal dort gewesen? Ne, leider nicht. Ich hatte es immer wieder mal vor, da hinzufahren, einfach mir das nochmal anzuschauen. Aber es hat sich nie irgendwie ergeben. Meine Schwester oder meine Familie wollten letztes Jahr hinfliegen. Da hätte ich mich angeschlossen, aber durch Corona wurde es eigentlich auch zunichte gemacht. Aber steht noch auf dem Plan? Ja, es sind schon ein paar Jahre her. Wie alt bin ich jetzt? Über 30 Jahre her bin ich in Deutschland. Ja, also ein Wunsch wäre es schon, da hinzufliegen und mal das Ganze nochmal anzuschauen. Einfach mit anderen Augen siehst du es doch anders als Erwachsener. Aber dafür braucht man Zeit und jetzt für ein Wochenende hinzufliegen wird es nicht funktionieren. Könntest du dich denn dort noch unterhalten, verständigen? Ja, ich denke, dass der größte Teil auch noch Russisch spricht oder versteht. Und du sprichst auch noch? Ich sage mal, ich komme durch. Also fließend würde ich nicht sagen, aber ich verstehe alles und es fehlt einfach nur die Praxis. Ihr seid damals nach Nürnberg gekommen, als erste Station? Ne, nicht Nürnberg. Aufnahmelager Friedland oder was bei Gießen? Irgendwo Ulm kann sein. Ulm, alles möglich, ja. Also irgendwo da, glaube ich als Nähe, irgendwo Norden sogar. Norden sind wir mit dem Bus hier hergebracht worden nach Nürnberg in die Grundigdauers. Ja. Und danach sind wir Richtung Ansbach, Burg. Da ist der Dinkelspühl da hinten. Und warum? Also hattet ihr da Verwandte oder war das euer Ziel oder seid ihr da hingeteilt worden? Ne, ne, wir hatten hier Verwandte, die haben schon in Deutschland gelebt und die haben sozusagen, sie mussten irgendwie so eine Einladung schicken, dass wir aus Russland rausreisen können und unser Visum hier bekommen und dann sind wir nach Deutschland gereist, als Aussiedler sozusagen. Genau, ihr seid ja von Familie, der Familienstamm ist deutsch gewesen. Deutsch, ja. Und damals ausgewandert. War Fußball für dich sofort so der Sport, den du ausüben wolltest? Hast du andere Sachen auch gemacht? Ja, ich habe viele verschiedene Sportarten gemacht, aber letztendlich war Fußball schon die Sportart, die ich ausüben wollte, am meisten ausüben wollte. Da auch meine ganze Familie, mein Cousin, mein Onkel, mein Papa auch Fußball gespielt haben. Und für mich, also ich bin ja letztendlich so groß geworden, nur mit dem Ball und nur am Sportplatz. Und ja, das war schon irgendwann mal dann der große Traum, Fußballprofi zu werden. Was die wenigsten wissen, die ja das harte Abwehrbein, das raue Abwehrbein Andreas Wolf kennen, ursprünglich hast du im Sturm gespielt, oder? Ich habe Ansbach-Alb-Spielvereinigung erstmal im Sturm gespielt. Ja, ich bin eigentlich erst so richtig zum Abwehrspieler beim Klub geworden. Was auch daran lag, weil du gegen den Klub als Abwehrspieler überzeugt hattest? Meiner Meinung nach damals haben wir in der Spielvereinigung gegen einen Klub gespielt und da musste ich in der Verteidigung aushelfen. Ich glaube damals war es sogar noch als Libero, vielleicht auch Mann gegen Mann. Und das habe ich so gut gemacht, dass die mich von hinten nicht mehr rausgenommen haben. Die Jüngeren werden sich jetzt wundern, was ein Libero ist. Vierer Abwehrkette haben wir dann beide hier von Klaus Augenthaler gelernt, oder? Genau, richtig. Das war das erste Mal, dass jemand mir mal die Viererkette so richtig gezeigt hat. Es war dein erster Trainer im Profibereich. Ist es auch einer, der einen ganz großen Einfluss auf dich hatte? Ich glaube, jeder Trainer hatte irgendwo so einen Einfluss auf mich. Klar, das bleibt vielleicht am meisten hängen, der erste Trainer und vielleicht, wenn es den größten Erfolg hat, ist der Trainer oder die Mannschaft allgemein. Aber Einfluss hatte jeder irgendwo auf seine Art und Weise. Hast du dein erstes Spiel noch im Kopf? In Berlin. Hertha. 2-1, glaube ich. Ja, du hast von Anfang an gespielt, ne? Ich habe von Anfang an gespielt, ja. War aber auch nicht von Anfang an klar. Das hat er mir am Spieltag dann irgendwann in der Sitzung gesagt, dass ich spiele. War auch so ein bisschen überrascht, aber es hat, denke ich mal, für das erste Spiel ganz gut funktioniert, auch wenn wir verloren haben. Warst du denn froh, dass es dir nicht früher schon gesagt hat, dass du dir nicht mehr Gedanken darüber machen konntest? Ja, vielleicht hätte ich schlechter geschlafen, voller Aufregung. Es war damals eine Mannschaft, ist die abgestiegen am Ende der Saison? Nee, im Jahr drauf, ne? Im Jahr drauf. Im Jahr drauf. Da hast du dann schon mehrere Spiele gemacht. Erinnere dich mal an die Zeit, du der Jüngste? Ich der Jüngste? Ja, gut. Es gab Regeln in der Mannschaft, wenn ein Junge da ist, was er zu tun hat, sich unterzuordnen. Und gut, das war normal für mich, zumindest zu der Zeit. Wäre das heute anders? Ich glaube, heute wird es anders gehandhabt, ja. Kapitän war damals Martin Driller? Martin war der Kapitän Martin Driller, ja. Wir haben da hier was Kleines vorbereitet, was wir uns mal ganz kurz anhören können. Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Wolfi. Hier spricht dein fußballerischer Ziehvater Martin Driller. Ja, es war schon schön, als du als Jugendlicher zu uns gekommen bist. Ich war beim Klubkapitän und ich dich zwangsweise adoptieren musste, da du ja wirklich ein kleiner Wilder warst und in der Nürnberger Altstadt gut unterwegs warst. Aber es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir den richtigen Weg zu zeigen. Deine Erfolge haben mir, glaube ich, recht gegeben. Du durftest danach zu damals größeren Vereinen wechseln. Du bist damals zu Werder Bremen gegangen, die sehr, sehr groß waren. Du konntest nach Monaco gehen. Ich glaube, wir beide haben viel mitgemacht und es freut mich immer noch, dass wir jetzt immer noch in Nürnberg zusammenhocken. Du immer noch einen guten Blick zu mir auf hast und doch immer sagst, hey, Vater, wie geht's dir und ist alles gut? Ja, irgendwo bin ich gern dein fußballerischer Papa geblieben. Es ist toll, dich kennengelernt zu haben, mit dir lange, lange Zeit verbracht zu haben. Und ich hoffe, dass du jetzt in dem Podcast auch ganz, ganz viel Spaß hast und vielleicht den einen oder anderen Schwank aus der Jugend erzählst. Dann erzähl mal den einen oder anderen Schwank. Naja gut, ich war ja kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Klar, wenn man alleine in der Stadt ist, sich keiner um dich kümmert, dann macht man vielleicht den einen oder anderen Blödsinn, den man vielleicht im Nachhinein dann auch bereut. Ja, wo soll ich anfangen? Wie viel Blödsinn habe ich gemacht? Ich glaube, zu viel. Ja, aber ich sage mal so, es ging immer wieder mal gut. Ja, für mich war es wichtig, wenn ich auf dem Platz stehe, dass ich immer 100 Prozent gebe. Und vielleicht hätte ich da in diesen Jahren auch professioneller leben können, aber irgendwo hat es auf mich ausgemacht, dass ich, wenn ich auf dem Platz stehe, 100 Prozent gebe. Und außerhalb letztendlich mich auch immer wieder fangen konnte und mich auch auf dem Fußball konzentrieren konnte. Gab es denn mal Momente, wo du gesagt hast, das hätte gefährlich werden können im Nachhinein? Ja, sicherlich gab es Momente, aber es waren immer Momente, wo es auch gut lief. Beim einen oder anderen Trainer wäre es vielleicht eng geworden. Bei dem einen oder anderen, da wurde das ein oder andere Auge auch mal zugemacht. Aber es sind alles Erfahrungen für mich, wo ich auch sage, die sind gut, dass die mir passiert sind. Weil letztendlich kann ich auch meiner Mannschaft jetzt, den Jungs in dem Alter auch, sagen wir mal, einiges erzählen, was sie vielleicht besser machen können. Weil wenn man die Fehler nicht macht, lernt man uns auch nicht. Ist es allgemein vielleicht so ein Problem im Fußball heute, dass die Spieler, bei dir war es vielleicht einen Tacken zu wenig, aber heute zu viel behütet werden? Ja, würde ich auch schon sagen. Vielleicht irgendwo so die Waage. Ich denke mal, man sollte den Jungs nicht alles abnehmen. Mir tat es gut. Vielleicht hätte ich gerne damals auch mal jemanden gehabt, der auf mich aufgepasst, aber mal drüber geschaut hätte und gesagt hätte, Hey, Wolfi, so geht es nicht. Mach mal langsamer. Verspiel es dir nicht. Da muss ich Martin vielleicht auch mal Danke sagen. Als ich dann hochgekommen bin, er war derjenige, der ab und zu mal auf mich drauf geschaut hat und den Finger auch mal gehoben. Junge, so geht es nicht. Ja, aber sonst war es ja so wirklich, ich musste mich hier so ein bisschen alleine durchschlagen. Heutzutage ist es vielleicht wieder ein bisschen extremer. Es wird den Jungs alles oder vieles abgenommen. Die Jungs, denen fehlt dann nichts. Die haben einfach alles hier. Und da wünsche ich mir vielleicht mal, dass die irgendwo so ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden. Wenn man heute den Spielern alles abnimmt, wird es dann schwierig, wenn man von ihnen auf dem Platz ja dann eigentlich eigene Entscheidungen fordert. Also wäre es nicht hilfreich, wenn man ihnen auch außerhalb des Platzes zugesteht oder ihnen auch von ihnen fordert, dass sie mehr eigene Entscheidungen treffen müssen? Ja, natürlich. Wenn ich den Jungs alles abnehme, wir wollen uns dann eigene Entscheidungen treffen. Ja, und auf dem Platz ist es für mich das Gleiche, wenn ich ihnen jede Entscheidung auf dem Platz abnehme und 90 Minuten dann im Spiel kommentieren muss, Junge, das hier, das hier, das hier. Nee, die müssen da auch irgendwo so eigene Selbstständigkeit entwickeln auf dem Platz, mal eine eigene Idee mal zu haben. Ja, und das müssen sie lernen, weil es sind zwar elf Mann auf dem Platz und eine Mannschaft, aber irgendwo jeder muss für sich alleine entscheiden, was er macht auf dem Platz. Und letztlich muss sich jeder von deinen Spielern ja auch so weit entwickeln, dass er vielleicht den nächsten Schritt gehen kann, oder? Ja, das ist letztendlich auch meine Aufgabe, die Jungs so weit zu bringen oder zumindest den letzten Schritt zu machen, dass sie zumindest in die zweite Mannschaft kommen oder eben dann direkt durchgehen in die Profi-Abteilung. Hast du denn in deiner Truppe welche, denen du das zutraust? Ich habe sicherlich den einen oder anderen in meiner Truppe, die das schaffen können, aber da gibt es noch viel zu tun. Glaubst du denn, dass man mit dem Leben, das du geführt hast, heute noch Profi werden könnte? Ja, weil ich denke schon, dass es auch irgendwo Typsache ist. Da bin ich mir hundert Prozent sicher, ja. Ja, weil wenn ich jetzt die Jungs so sehe auf dem Platz, ich war ein ganz anderer Typ, der ganz anders vielleicht auch die Zweikämpfe geführt hat. Vielleicht müsste ich mich jetzt mehr oder weniger zurückhalten in dem einen oder anderen Zweikampf, aber diese gewisse Härte, die hat es mich dann letztendlich irgendwo auch ausgemacht. Du hast viele gelbe Karten gekriegt in deiner Karriere, auch ein paar Platzverweise. Waren kuriose Dinger dabei? Heimspiel gegen die Bayern zum Beispiel? Okay, ich habe viele gelbe Karten gehabt, aber ich habe nicht viele Platzverweise gehabt, zumindest nicht durch Unsportlichkeit oder so. Wo ich einen Schiri beschimpft habe oder einen anderen Spieler getreten habe oder geschlagen habe. Sowas habe ich nie gemacht. Ich war vielleicht ein harter Spieler, aber ich konnte mich auch immer wieder zusammenreißen. Wenn ich so überlege, ich habe meistens früh die gelbe Karte bekommen, konnte mich aber die restliche Spielzeit eigentlich zusammenreißen. Bayern war natürlich ein bisschen Blödsinn, damals den Ballack umgehauen, glaube ich, rechts am 16er, dann gab es Freistoß, da gehe ich halt mit der Hand hin. Das war meine schnellste gelbrote Karte. Aber das Spiel ging ja, glaube ich, 1-1 oder 2-2, 2-2, glaube ich. Elf Meter, Faulern, Kiesling kurz vor Schluss, ne? In Fürth hast du Gelb-Rot mal, nee, gegen Fürth zu Hause, 2. Liga war das noch? 2. Liga, Gelb-Rot und einmal gegen Stuttgart zu Hause. Wo dann ausgerechnet Kakao den Ausgleich kurz vor Schluss für den VfB erzielt. Und der Pino 2-1 macht und wir gewinnen das Spiel. Einer der größten Explosionsmomente im Frankenstadion, oder? Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte schon eine gelbe Karte, dann gab es, glaube ich, so einen Foul von denen oder von uns, weiß ich gar nicht mehr. Und der Schiri hat schon gepfiffen und ich gehe dann nochmal in den Zweikampf, dann kriege ich meine zweite gelbe Karte. Ich glaube, Dieter Hecking war schon Trainer zu dem Zeitpunkt. Gegen VfB, ja, Mist. Ja, und da gewinnen wir zum Glück noch mit 2-1, weil wenn wir es verloren hätten, weiß ich gar nicht, was Dieter dann mit mir gemacht hätte. Du hast auf jeden Fall, einen haben wir noch, in Karlsruhe hast du mal Gelb-Rot gesehen. Stimmt, Karlsruhe. Und deswegen hast du auch das letzte Spiel von Hans Mayer verpasst. Wie es genau war, kann ich mir gar nicht mehr erinnern, in Karlsruhe. Stimmt, da war ich auch eine Gelb-Rote, ja. Wir haben 2-0 verloren, glaube ich. Und dann kam danach das Heimspiel gegen Rostock, 1-1, da warst du nicht dabei. Das war das letzte Heimspiel von Hans Mayer. Hans Mayer, Trainer, der Eindruck bei dir hinterlassen hat? Ja, natürlich. Ich glaube, wir hatten schon eine besondere Beziehung zueinander. Hans Mayer, da habe ich schon sehr auf ihn hochgeschaut. Und er hat mir auf jeden Fall geholfen, auch, sei mal, er hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass ich eine Leistungssteigerung gehabt habe in dieser Mannschaft. Weil er immer gewusst hatte, wie er mich anzupacken hat. Sein erster Satz zu dir? Du wirst bei mir nicht mehr spielen. Hast dann aber trotzdem eine Halbzeit, glaube ich, noch gespielt in dem ersten Spiel. Dann warst du draußen gegen Dortmund. Das war in Lautern. In Lautern, genau. Lautern, ja, da durfte ich mich auch rechtzeitig warmlaufen. In der zweiten Halbzeit bin ich dann gekommen. Aber ich weiß nicht, ob es die ganze Halbzeit war, ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, wie rum es warst du. Oder hast du angefangen? Nee, ich habe nicht angefangen. Nee, nee, nee. Hat der Kandalupe wieder mit Libero gespielt? Ja. Und dann war ich Dortmund, wo ich, glaube ich, gefühlte 90 Minuten warmlaufen. Keine einzige Minute gespielt. Und dann hatten wir das Spiel in Gladbach. Und da musste ich gegen Neuwil spielen. Und das hat er mir immer aufs Butterbrot geschmiert. Und da hat er immer gesagt, ja, du hast dir die Latte jetzt. Dass ich selber hochgehe. Wir haben gewonnen, glaube ich. 1-0 gewonnen. Marek Nickel damals. Und daran hat er mich immer gemessen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich immer gespielt. Also, ich sage mal, er wusste ganz genau, wie er mich anpacken muss. War das die beste Phase deiner Karriere? Naja, würde ich nicht sagen, ob das meine beste Phase war zumindest. Aber die Phase, wo ich mich am meisten wahrscheinlich entwickelt habe. Und am besten entwickelt habe, ja. Ich denke, die Phase mit, also klar, wir sind dann abgestiegen und ich hatte meinen Kreuzbandriss. Und mit Dieter Hecking, glaube ich, war auch für mich jetzt auch eine gute Phase. Also, seid ihr auch Sechster geworden mal, ne? Genau. Aber lassen Sie uns nochmal zurück zur Hans-Meyer-Zeit kommen. Erstes Jahr relativ locker den Klassenerhalt dann geschafft, ne? Genau. Und im zweiten Jahr dann durchgepflügt bis Berlin sozusagen. Genau, richtig. Was waren so die Momente, die dir in dem Jahr, es gab viele Momente eigentlich? In dem Pokaljahr? Ja. Na gut, jeder kann sich oder erinnert sich gerne an das 3-0 gegen die Bayern zu Hause. Mit Hitzfeld, glaube ich, das erste Mal auf der Wand gesessen. Eigentlich so von dem Namen her eine Top-Mannschaft. Gegen Stuttgart erinnere ich mich immer gerne mal an die drei Spiele. Ja. Vor allem in der Liga, die haben wir ja immer zweimal klar geschlagen. Und dann treffen wir, die werden Meister und wir treffen uns im Pokal wieder, also Pokalfinale. Ja, was gibt es noch? Ja, Frankfurt zu Hause. Also das Halbfinale. Wahrscheinlich für alle, die da waren, das… Mit das schönste Spiel überhaupt, schätze ich mal. Und ja, Momente in dieser Saison… Sind ja schon einige. Ja, das reicht ja auch, glaube ich. Halbfinale Frankfurt war, also A, war es ein grandioses Spiel, es war eine grandiose Stimmung. Und es war vor allem das Wissen, glaube ich, jetzt sind wir international dabei, oder? Weil Stuttgart Champions League spielen wird. Genau, Stuttgart Champions League wird Meister, da waren wir in einem Spiel sicher im UEFA Cup, was uns vielleicht nicht so ganz gut getan hat, muss ich mal sagen, weil dann schon irgendwo so ein bisschen die Spannung abgefallen ist. Dann in der Liga sind die Ergebnisse ein bisschen ausgeblieben? Dann sind in der Liga die Ergebnisse ausgeblieben, da hast du schon gemerkt, uff, im Pokal wird es richtig schwer sein. Aber ja, das letzte Spiel vorm Pokal war in Hannover, glaube ich, 3-0, Marek das erste Mal wieder dabei, Engel hat Kopfballtor gemacht. Ich glaube, zu Hause haben wir gegen Mainz erst mal verloren, das, was ich mich erinnern kann. Und dann Hannover haben wir dann das letzte Spiel sozusagen, die Generalprobe. War das wichtig, einfach um im Kopf wieder positiv zu werden für Berlin? Ja, natürlich. Also ich denke, die Ergebnisse sind ausgeblieben und wenn das letzte Spiel vorm Pokalfinale, wenn das auch nochmal in die Hose gegangen wäre, dann denke ich, hätten wir es wahrscheinlich nicht geholt. Und so seid ihr mit dem 3-0-Sieg und dem Wissen hingefahren, Stuttgart haben wir zweimal geschlagen, schlagen wir jetzt auch das dritte Mal, oder? So ähnlich. Gab es Zweifel davor? Also hast du gedacht? Gar keine. Also ich persönlich hatte gar keine Zweifel. Ich war mir zu 100 Prozent überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, Stuttgart als Mannschaft hat uns gelegen einfach. Ja, wir haben sie zweimal in der Liga gut bespielt und erfolgreich bespielt. Und ich war sowas von sicher, dass wir das auch im Pokal machen werden. Habt ihr vor dem Spiel Dinge anders gemacht als vor Ligaspielen oder war die Vorbereitung, hast du jetzt nicht in Erinnerung? Ich glaube nicht, dass wir es anders gemacht haben. Weil man unter Hans Mayer sowieso nie was anders gemacht hat, oder? Nein, könnte ich jetzt noch alles aufklären. Trainingsplan für die Woche stehen. Trainingsplan für die Woche gar nicht jetzt noch. Donnerstag Fußball-Tennis. Mittwoch elf gegen elf. Dienstag Kraft plus vier gegen vier oder fünf gegen fünf draußen, Turnierform. Mit einem Schrei an Ivan Soenko, so bringst du uns um. Nee, weil das war eine schöne Zeit. Ist das was, was du als Trainer auch so machst, dass du eine gewisse Planbarkeit hast? Oder sagst du eher, die Jungs sollen heute nicht wissen, wann sie morgen frei haben? Ja, schon eine gewisse Planbarkeit gebe ich den Jungs, dass sie ungefähr wissen, wie sie zu planen haben. Klar, aber ich sage mal so, wie jetzt nach dem Pokalspiel in Mainz, dann kommt halt kurzfristig auch mal ein Tag dazu, wo sie mal erholen können. Also ins Positive und wenn es sein muss, aber auch mal andersrum. Wenn es sein muss, auch mal andersrum, ja. Der Plan für Stuttgart wäre fast schief gegangen, weil es vor dem Spiel unfassbar geregnet hat. Es gab ein Unwetter. Das Spiel stand auf der Kippe irgendwie. Ja, aber zum Glück konnten wir spielen und der Platz war auch gut bespielbar. Das Spiel, die meisten, die jetzt zuhören, werden es zumindest in irgendeiner Zusammenfassung schon gesehen haben. Fass das für dich nochmal kurz zusammen. Wellenbart, Rückstand, rote Karte, Mintal, nochmal Mintal. Ja, klar, Rückstand, ich weiß nicht, im Spiel machst du dir eigentlich nicht so die Gedanken, ich habe mir nicht so die Gedanken gemacht. Wir waren, denke ich, schon einigermaßen gut im Spiel und ich habe gewusst, dass wir immer ein, zwei Tore schießen oder auch schießen können gegen jede Mannschaft. Und dann macht der Marek den Ausgleich vorbereitet durch Reinhardt. Glaube ich, danach kam die rote Karte durch Kakao, wo er mir in die Magengruppe schlägt. Warum, weißt du bis heute nicht, oder? Ich weiß es nicht, warum. Es ist nicht so, dass ich ihn provoziert habe oder irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da hat er einfach einen Aussetzer passiert. Mein Gott, ist Fußball. Der schlimmere Moment war dann? Ja, der schlimmere Moment war eigentlich, als mehr Marek Umsens, das war für mich eher eine rote Karte als jetzt Kakao. Da muss er ihn vom Platz schicken, da muss er ein halbes Jahr Schwere bekommen für sowas. Das verstehe ich nicht, warum er da weiter mitspielen durfte. Und wir hätten eigentlich das Spiel schon nach 90 Minuten entscheiden müssen. Momente hatten wir gehabt, genug Momente, wo wir auch das Sieg durchschießen. Wir haben alle viel auf den Schiedsrichter damals geschimpft, was wir alle so ein bisschen unterschlagen haben. Es hätte auch am Anfang gleich einen Elfmeter für den VfB geben können. Marek Nickel gegen, ich glaube, Khedira war es, ich weiß es nicht mehr. Kann sein, ja. War so ein Moment, kann man zumindest mal in Erinnerung rufen, schimpfen darf man dann über ihn trotzdem wieder. Ja, ich denke, bei solchen Spielen schauen die Schiris schon darauf, dass nicht sofort das Spiel entschieden wird oder das nicht so schnell pfeifen, keine Ahnung. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass im Finale nicht so schnell auf den Punkt gezeigt wird. Mit Videobeweis hätte das Finale noch ein bisschen länger gedauert, oder? Könnte sein. Bist du Freund vom Videobeweis? Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Weil? Weil ein paar Entscheidungen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Oder Nichtentscheidungen. Also grundsätzlich ja, die Umsetzung ist… Ja, grundsätzlich ja, aber die Umsetzung muss viel besser werden. Die Umsetzung ist dann zweite Halbzeit besser gewesen, Engelhardt macht wieder ein Kopfballtor und dann habt ihr es so ein bisschen verwaltet, ne? Dann haben wir es ein bisschen verwaltet, hatten aber trotzdem auch, glaube ich, unsere Chancen oder gefährliche Momente, wo wir auch noch das Dritte machen können. Und dann kriegen die, glaube ich, einen Elfmeter. Was bei diesem Torwart damals gleichbedeutend war mit einem Gegentor, oder? Will ich jetzt, das lasse ich so mal stehen, deinerseits. Rafa hat auch mal ganz toll dem Klub im Elfmeterschießen bei Viktoria Köln und bei Links-Rechts-Aalen, glaube ich, mal den Sieg gebracht. Also er konnte schon auch Elfmeter halten. Ja, da kriegen wir dann einen Ausgleich und müssen in die Verlängerung. Das wollte man natürlich irgendwo vermeiden, aber da hat letztendlich dann irgendwann auch die Zeit für uns gespielt. Wenn es sein Mann mehr ist über keine Ahnung wie viele Minuten, dann wirst du, und Stuttgart hat wahrscheinlich noch so ein bisschen auch die Meisterfeier noch in den Knochen gehabt. Das merkst du dann irgendwann mal nach 90 Minuten in der Verlängerung. Dann sprechen alle von dem Tor, 3 zu 2, Jan Christiansen. Die wenigsten erinnern sich an die Vorbereitung, oder? Vorbereitet von mir? Ja, das Tor war Weltklasse, also ich glaube, so trifft er nie wieder. Obwohl, im Training hat er das immer wieder gezeigt, Links-Rechts hat er sowas von eingebombt, aber er konnte das irgendwie in den Pflichtspielen nie umsetzen. Und da in dem wichtigsten Spiel macht er halt das Ding. Dann große Feier, Riesenjubel. Große Feier, Riesenjubel. Erstmal haben wir natürlich im Stadion, wir wussten teilweise nicht, was wir machen sollen, konnten wir ja mit solchen Sachen noch nicht umgehen. Aber natürlich erst mal im Stadion mit den Fans gefeiert, dann irgendwann mal im Hotel, wo eigentlich nur die Mannschaft und vielleicht auch ein paar Verwandte sein durften. Und dann sind wir noch in Berlin, hatten wir irgendwo einen Tisch in der Disco, weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Beim Adlern unten drin Felix? Felix, genau, Felix stimmt. Ja, dann hatten wir da einen Tisch und ich glaube, bis in die frühen Morgenstunden angefeiert. Hat es dir Spaß gemacht zu feiern an dem Abend, oder? Ja, Spaß natürlich, aber irgendwie, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, im Stadion nach dem Spiel, wenn du halt 120 Minuten gespielt hast und der Körper total ausgelaugt ist, habe ich mal einen Mitspieler nach einer Zigarette gefragt. Und im Whirlpool hat mir dann eine angezündet und das hat mir irgendwie so ein bisschen den ganzen Abend versaut. Mir war dann auf einmal so schlecht, den ganzen Abend, dass ich irgendwie mehr mit mir beschäftigt war, als irgendwie mit der Feier oder sonst irgendwas. Hast du dann zumindest die guten Erlebnisse am nächsten Tag in Nürnberg nachgeholt? Die habe ich dann nachgeholt, ja. Autokorso. Autokorso, Hauptmarkt. Hauptmarkt, wieder großer Regen. Stimmt, ja, aber das hat dann auch keinen gejuckt mehr, der Regen. Die Mannschaft hat es eh nicht erwischt. Ihr habt gerade im Wolfschenbau euch ins Goldene Buch, glaube ich, eingetragen gehabt. Genau, dann natürlich der Hauptmarkt mit den Fans, noch ein paar Liedchen gesungen und dann durften wir auch mal kurz nach Hause und da gab es noch einmal eine Feier abends, wo wir zusammen, glaube ich, Kontiki dann zusammengekommen sind. Bei Liedchen könnte ich jetzt nochmal einhaken. Kannst du das Liedchen noch von damals, oder? Ähm, nee. Lass mal die in Ruhe. Okay. Eigentlich war klar dann, der Klub jetzt international, der Klub etabliert in der Bundesliga, der Klub beißt sich oben fest. Das war wahrscheinlich der Gedanke da, ne? Ja. Für den einen oder anderen. Was war denn in dem einen Jahr der Grund, dass alles funktioniert hat und im anderen Jahr plötzlich, ich will nicht sagen, nichts mehr, aber vieles nicht mehr? Nichts mehr nicht. Wir haben, glaube ich, schon auch eine gute Mannschaft gehabt, aber dieses gewisse Etwas ist uns dann abhandengekommen. Ich glaube, uns hat der Markus Schroth verlassen, uns hat er auch Rafa Schäfer verlassen, wo einfach so ein bisschen das Mannschaftsgefüge auseinandergebrochen ist. Ja, dann kriegst du zwei, drei neue Spieler, die vielleicht eine richtig gute Qualität haben, aber dieses Arbeiten gegen den Ball als Team, das ist uns dann nicht mehr gelungen. Das konnte man dann nicht mehr auffangen in der Saison. Also von elf Freunden sollt ihr sein, wart ihr elf Freunde im Pokalsiegerjahr? Naja, was heißt elf Freunde, aber zumindest hatten wir eine Mannschaft, die, also da da hatten wir keinen Quertreiber, würde ich mal sagen. Und im Jahr drauf hat es dann so nicht mehr funktioniert? Ja, ich will nicht sagen, dass da irgendeiner jetzt reingekommen ist, der die Mannschaft da zerstört hat. Nee, sowas nicht, aber es hat einfach, diese Bausteine haben einfach nicht mehr zusammengepasst. Die Rolle von Rafa und von Schroth, die hat in dem Jahr dann einfach keiner übernommen? Zum Beispiel, ja. Und es reicht ja, wenn ein, zwei Spieler gehen, die einfach einen riesen Einfluss auf die Mannschaft auch hatten. Wenn die dann wegbrechen, ist es dann meist auch sehr schwer, durch andere das aufzufangen. Ich denke schon, also wenn ich mich so erinnere, haben wir auch da einen guten Fußball gespielt. Ja, aber wir haben halt nicht mehr so die Stabilität gehabt, wie die Jahre davor. Hat euch auch der Glaube gefehlt, absteigen zu können? Das sicherlich vielleicht am Anfang auch, ja. Wir haben uns immer gesagt, ja, ja, die Qualität haben wir, das schaffen wir, das packen wir und dann irgendwann läuft halt die Zeit davon. Selbst im letzten Spiel hätte man das noch drehen können, glaube ich, gegen Schalke. Wenn wir da das Spiel gewonnen hätten, dann wären wir in der Liga sogar noch geblieben. Soviel ich weiß. Müssten wir jetzt Faktencheck in den Drunter-Schreib-Kommentaren, klären wir später. War es Gift, in Europa so lange mitzuspielen? Oder sagst du im Nachhinein, es waren trotzdem großartige Erlebnisse? Nein, nein, nein. Also es war schon großartig, in Europa zu spielen. Und wir haben ja Riesenspiele da gemacht. Und da hat man, allein an den Spielen hat man gesehen, dass die Mannschaft eine Qualität hat. Vielleicht hätten wir im Nachhinein ein paar Punkte mehr gehabt und auch den Klassenerhalt wahrscheinlich dann auch gehalten. Ja, wenn ich mich erinnere, bin Fika gespielt und dann zwei Tage später in Bremen. Ja, hast auswärts gespielt, dann die Anreise und hast kaum Erholungszeit gehabt. Das war eng und gelb-rot, glaube ich, relativ schnell. Gelb-rot und da waren wir, finde ich, auch spielerisch gut drauf. Und haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht in Bremen, soweit ich mich erinnern kann. Aber es waren immer so diese Kleinigkeiten, die dann am Ende gegen uns gelaufen sind. Abstieg, zweite Liga, Kreuzbandriss. Erstes Heimspiel, oder? Gegen Augsburg. Es war klar für mich jetzt natürlich das Bitterste, was ich erleben durfte. So eine Verletzung, eigentlich war ich gut drauf, vielleicht auf der Höhe meiner Karriere. Und dann, ja, verletzte sich so schwer und da fällst du erst mal ein halbes Jahr aus. Man weiß erst mal ein halbes Jahr, dass man gar kein Fußball spielen muss. War das dann für dich möglich, deine Rolle als Kapitän auch auszuüben? Ja, natürlich, möglich war es schon. Ich war schon sehr nah an der Mannschaft, das wollte ich ja auch. Ich habe mich zwar auch mal ein paar Wochen rausgeklingt und wollte einfach die Jungs nicht sehen, wie sie auf dem Platz trainieren, weil das einfach psychisch für mich jetzt nicht vom Vorteil war. Ja, aber da haben wir ein Mannschaftsrat gehabt und ich glaube, Rafa war auch dann wieder da. Und ich glaube, Engelhardt und Marek, ich weiß gar nicht mehr, wer im Mannschaftsrat da noch da war. Und dafür haben wir ja unseren Mannschaftsrat, dass wenn einer dann ausfällt, dass die anderen es dann auch regeln. War das die, du hast ja schon gesagt, ein bitterer Moment, war das auch die bitterste Zeit? Nee, ich würde nicht als bitterste Zeit das betrachten, weil ich wusste, wir haben auch da eine gute Mannschaft zusammen und können auch wieder einen direkten Aufstieg schaffen, was wir dann letztendlich auch gemacht haben gegen Cottbus. War das Relegationsspiele? Ja, ja, klar. Und ja, klar, der Abstieg war bitter, sportlich gesehen. Aber auch da die Zeit für mich persönlich natürlich mit der Verletzung nicht so schön. Aber ich habe schnell damit leben können und mich einfach auf die Rückkehr vorbereitet. Und ich glaube, fast auf den Tag genau sechs Monate habe ich auch wieder das zweite Spiel gemacht. Du hast am Schluss wieder gesunken, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich nicht. Wenn du die beiden Aufstiege vergleichst, einmal mit Wolfgang Wolf in Bielefeld der Aufstieg und dann in Osnabrück die Meisterschaft in einer Woche. Und jetzt im Vergleich dazu dann den über die Relegation, du als Kapitän dann. Welcher schöner war? Ja. Ich glaube, der mit Wolfgang Wolf damals. Allein aus diesem Grund, dass du da noch letztendlich am Anfang der Karriere standest und noch ein junger Spieler warst. Und da waren wir einfach schon, ich glaube, einfach vom Kopf her weiter als Mannschaft, als Verein vielleicht auch bei dem Abstieg. Du warst Pokalsieger schon mal, was ja größer ist als ein Aufstieg. Genau, also da war es einfach weiter vom Kopf her. Deswegen war es für mich eigentlich der schönere Aufstieg, war der erste. Dann aufgestiegen und wieder Relegation gespielt? Gegen Augsburg. Souverän? Kann man schon sagen, ja, souverän. Bei der Aufstiege souverän, also nicht bei der Relegationsspiele souverän. Ja, wie gesagt. Dann mit Dieter Hecking auch wieder in der Bundesliga etabliert? Auch wieder in der Bundesliga etabliert. Wir haben eine sehr gute Rolle gespielt in der ersten Liga. Wir sind knapp am UEFA-Gab wieder vorbeigeschrammt. Wir hatten damals auch eine junge Mannschaft, also einen guten Mix, würde ich mal sagen, mit erfahrenen Spielern und jungen Spielern, die jetzt Weltstars sind teilweise, wie Ilkay Gündogan. Ist das der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast? Vielleicht, wenn du jetzt mit ihm spielen würdest, stand jetzt, ja, damals? Ein guter Spieler, klar. Sonst würde er nicht bei Man City spielen. Oder einer der Besseren, sag ich mal so. Ob er jetzt der Beste war, kann ich nicht sagen, wenn du es halt mit Falcao spielst oder Abidal oder Cavallo. Thomas Paulus. Thomas Paulus, ja. Wer soll da der Bessere jetzt sein? Willst du es beurteilen? Alle in Top-Mannschaften gespielt, Top-Qualität. Da jetzt den Besseren raus. Könntest du auf die Frage, wer ist der beste Fußballer, mit dem du je gespielt hast? Pizarro als Stürmer mit Falcao, würde ich sagen. Im Mittelfeld James Rodriguez mit Moutinho. Ilkay Gündogan gehört natürlich da auch mit dazu. Sonst abwehrmäßig, klar, der eine kommt aus Barcelona, der andere von Real Madrid, Cavallo und Abidal. Soll ich dir noch mehr aufzählen? Weiß ich nicht. Es sind alles Top-Leute, mit denen ich zusammen spielen durfte und mir auch vieles abschauen konnte, obwohl ich dann auch schon ein erfahrener Spieler war. Und auch wieder Kapitän, oder? Und auch wieder Kapitän, muss man sich mal überlegen. Für mich als Hackstock, was du am Anfang gesagt hast. Hackstock habe ich nie gesagt, ich habe Raubein. Ach, Raubein, ja, okay, entschuldige. Letztendlich war es eine super Erfahrung für mich. Ob es in Bremen war, mit Mette, Sacker, Naldo und Pizarro und das weiß ich, wer da alles noch war. Ja. Und Monaco, als die ganzen Topstars dann auch dazu gekommen sind. Wobei man sagen muss, in Bremen warst du nur ganz kurz? Ganz kurz, aber es war eine richtig gute Zeit und schöne Zeit in Bremen. Hätte mir auch gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr Jahre habe, zur Verfügung habe, um Fußball zu spielen. und ich wäre gerne noch länger da geblieben. Ich kann mich erinnern an die Zeit damals, dass wir uns alle gesagt haben, da spielen Mertesacker und Naldo, da wird Wolf nicht viele Spiele machen. Du hast dann, glaube ich, 16, 15 Spiele gemacht. Also bis auf, glaube ich, zweimal Muskelfaserriss, alle jedes Mal gespielt. Gut, man muss dazu sagen, Mertesacker ist nach vier Spielen, glaube ich, gegangen. Warum dann der Abschied nach einer halben Saison? Ich wollte eigentlich, als ich vom Club weggegangen bin, wollte ich eigentlich gar nicht mehr in Deutschland bleiben. Ich wollte irgendwie so vom Kopf her, wollte ich das Kapitel abschließen und so weiter wie möglich weg. Am besten ins Ausland, mal eine neue Erfahrung, neue Sprache, neue Kultur kennenlernen. Das hat sich dann einfach irgendwie ergeben. Mit Bremen, klar, ein Top-Verein. Ich hätte auch nach Frankfurt gehen können. Da waren die Verhandlungen schon weit. Die waren damals zu dem Zeitpunkt der zweiten Liga. Aber für mich war klar, wenn ich irgendwo hin wechsle, dann erst zu einem Erstligisten. Am besten noch eine Top-Mannschaft. Und damals war Bremen für mich eine Top-Mannschaft. Und warum dann wieder weg nach 15 Spielen? Es hat sich einfach so ergeben. Einerseits muss ich zugestehen, Monaco, richtig gute Adresse. Klar, sportlich gesehen war es vielleicht damals noch nicht so, aber zu dem Zeitpunkt eine richtig gute Mannschaft mit einem guten Projekt. Und das andere war, es war mein Rentenvertrag, sage ich mal. Ich habe gewusst, das wird wahrscheinlich meine letzte Mannschaft sein. Und zum Ende meiner Karriere hin will ich auch mal was anderes sehen. Und das war, glaube ich, nicht die schlechteste Adresse. Erzähl mal Monaco. Ich meine, man kennt es von James-Bond-Filmen und Casino und Formel 1. Ja, Monaco, sage ich mal, Côte d'Azur, allgemein sehr schön. Monaco, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, da zu leben, würde ich sagen, nee, würde ich nicht. Warum? Weil alles in die Höhe gebaut ist und alles eng ist und viel, naja, letztendlich auch viel Lärm, zumindest in den Sommermonaten, mal das zu sehen, ja, superschön, super mal ein Formel 1-Rennen zu erleben, keine Ahnung, ich glaube, im Sommer ist jede Woche irgendwas anderes. Ja, aber jetzt da mit Familie, würde ich sagen, nein, Côte d'Azur, ja, da gibt es so viele schöne Orte, würde ich sagen, gerne mit Familie, auch da haben wir uns lange überlegt, ob wir da bleiben, einfach super Klima, ne, aber am Ende haben wir uns dann entschieden, doch zurückzugehen, weil einfach unsere Familie hier ist, meine, oder unsere Freunde, alles sich hier abspielt und einfach unser Mittelpunkt ist es hier. Du, du bist dann gegangen, obwohl du noch ein Jahr Vertrag gehabt hättest, oder? Ich bin gegangen, da hatte ich noch ein Jahr Vertrag, ich war einfach, ja, körperlich kann man schon sagen, körperlich so weit, dass es einfach nichts mehr ging. Vielleicht auch psychisch vom Kopf her so eingefahren, dass ich mir gesagt habe, es geht nicht mehr, komm, lass uns eine Einigung finden und wir gehen wieder zurück nach Hause. Hast du einen Titel verpasst, oder? Hab leider, hätte ich es gewusst, wäre ich vielleicht noch ein Jahr geblieben, aber es macht ja keinen Sinn. Klar hätte ich vielleicht einen Titel, die sind dann daraufhin Meister geworden, so bin ich nur Vizemeister mit Monaco. Aber wenn du nicht spielst, ist der Titel dann auch wurscht. Du hast auch in dem letzten Jahr, wo du nicht mehr viel gespielt hast, ich glaube, letzter Spieltag in Bordeaux, oder gegen Bordeaux, zu Hause. Aber es trotzdem, also mein, du hast ja gesagt, Rentenvertrag und es hat sich auf jeden Fall, sag ich mal, gelohnt, dorthin gewechselt zu sein, aber auch für dich als Mensch war es eine Zeit. In jeder Hinsicht, also hat es sich gelohnt, dahin zu gehen, als für mich, als Mensch, Persönlichkeit, alles mögliche, Erfahrung für meine Familie, die Kleine ist da in den Kindergarten gegangen, Schule, hat die Sprache mitbekommen und, und, und. Wir haben viele Freunde dort kennengelernt, die bis heute noch mit denen wir noch Kontakt haben. Zum Verein habe ich noch ab und an Kontakt, ich meine, das ist, darf man auch nicht vergessen. Klar ist mein Klub, mein Verein, man weiß nie, was im Leben passiert. Am liebsten würde ich für immer hierbleiben, aber wie gesagt, wer weiß, was die Zeit bringt. Und für immer dann auch U19-Trainer? Das ist mir egal. Ich habe keine Ambitionen, ich lasse alles auf mich zukommen, ich versuche mich weiter zu bilden und dann wird man sehen, was am Ende des Tages rauskommt. Also weiterbilden heißt für dich auch einen Fußballlehrer machen? Wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, würde ich sicherlich nicht nein sagen. Wenn ich richtig informiert bin, es gibt jetzt so eine Zwischenlösung, oder? Sollte kommen, also noch, ich weiß, gibt sie noch nicht, aber so ein Fußballlehrer für das NLZ soll kommen und dann noch ein Fußballlehrer für die Profi-Abteilung, also erst die zweite Liga, glaube ich. Aber wie es genau dann ausschauen wird, werden wir dann sehen. Du bist zurückgekommen, bist dann auch wieder zum 1. FC Nürnberg gekommen? Ja, als Co-Trainer in die U21 damals oder 23, weiß ich nicht mehr, aber in die zweite Mannschaft ja unter Roger Prinzen. Also war für dich im Prinzip gar keine richtige Pause vom Fußball zum Fußball, sondern du bist direkt durchmarschiert? Ich bin direkt durchmarschiert, damals hat mich dann der Rainer Zitsch angerufen, hat sich so ergeben, ich weiß nicht, ob ich vorher noch mit Martin Bader gesprochen habe, wie gesagt, dass es wahrscheinlich hier zu Ende geht und ob hier beim Club irgendeine Möglichkeit gibt, als Co-Trainer oder was auch immer zu arbeiten und ja, irgendwann hat sich dann der Rainer gemeldet, ob ich Bock hätte, Co-Trainer bei der U21 zu machen. Das endete dann irgendwann? Das endete irgendwann mal nach zwei Jahren, dann habe ich meinen B-Schein gemacht, meine A-Lizenz und nach den zwei Jahren habe ich dann irgendwann, als es wieder geendet hat, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich auch, jetzt brauche ich mal einen Abstand zum Fußball, einfach mal was anderes machen, mal auch gar nichts machen, habe ich ein Jahr nichts gemacht, irgendwann wurde es dann einfach langweilig und dann durfte ich oder konnte ich über die BG eine Ausbildung anfangen, habe ich gedacht, okay, bevor du jetzt die nächsten Jahre weiterhin zu Hause verblödest, fängst du irgendwas an und dann habe ich eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann angefangen. Die du dann glücklicherweise beim ersten FC Nürnberg beendet hast? Die ich angefangen habe in einem Reha-Studio oder Reha-Zentrum die ersten beiden Jahre und das letzte Jahr bin ich wieder zum Club gekommen, habe es hier abgeschlossen und dann als Koordinator im Leistungsbereich eingestiegen. Und dann festgestellt? U16 bis U21, naja, was heißt festgestellt, es hat schon Spaß gemacht, aber bekanntlich hat sich dann auch einiges hier im Verein geändert. Was die Trainerpositionen im NLZ angeht, von U17 bis U21 mussten die Stellen jetzt auch neu besetzt werden. Ich war mir lange nicht sicher oder war für mich jetzt nicht lange klar, dass ich das sofort mache. Ich hätte auch gerne die Position weiter ausgeübt, die ich vorher gemacht habe, als Koordinator als Koordinator. Aber irgendwann habe ich doch für mich dann entschieden. Ich glaube, auf dem Platz, da fühle ich mich einfach wohler. Und es macht auch mit den Jungs viel mehr Spaß zu arbeiten oder tägliche Arbeit mit den Jungs auf dem Platz. Gut, dann drücken wir dir da die Daumen, dass du in einer schwierigen Saison, es sind 21 Mannschaften, sieben Absteiger, also man muss schon ein bisschen aufpassen. Man muss aufpassen, es ist keine einfache Saison, aber die Jungs machen es bis jetzt gut und wenn wir das so weitermachen, dann habe ich keine Bauchschmerzen. Berlin ist ja auch noch möglich, ne? Ich weiß nicht, ob das Finale in Berlin gespielt wird. Die letzten 20 Jahre, ja. Ja, dann fahre ich gerne dahin. Okay, dann sage ich fast danke, eins habe ich noch, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du einen Spitznamen hast, der Seidler heißt. Jetzt weiß natürlich der Franke, dass Seidler im Zusammenhang mit einem Glas Bier steht. Wo kommt denn dieser Spitzname für dich her? Das war Anfang der Karriere, bevor ich Profi geworden bin oder ich habe oben mittrainiert und den Spitznamen hat mir damals der Chigo unser Zeugwart verpasst. Und warum? Einfach aus Jux und Tollerei. Alles klar. Andi, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen Unterhaltung gegeben und ja, der nächste Podcast kommt bestimmt. Dankeschön. Danke auch. Der Club Podcast ist . Bis . Bis .